7. Juli 2018 9.45 Uhr Patrick Klandt wechselt nach Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat kurz vor dem Aufbruch ins Trainingslager in Südtirol noch einen neuen Torhüter verpflichtet. Der Bundesliga-Rückkehrer nahm den 34-jährigen Patrick Klandt unter Vertrag. Der gebürtige Frankfurter stand zuletzt drei Jahre im Kader des SC Freiburg, zuvor trug er sieben Jahre das Trikot des FSV Frankfurt. Klandt erhält einen Vertrag für eine Saison. Um die Nummer 1 beim Klub kämpfen Fabian Bradlow und der vom Hamburger SV geholte Christian Martenia. Mit Patrick ist unser Torhüter-Team nun komplett. Mit seinen Fähigkeiten stellt er eine ideale Ergänzung zu unseren vorhandenen Torhütern dar. Punkt. Gerade unsere Nachwuchstorhüter werden von seiner Erfahrung im Profibereich profitieren, erklärte Manager Andreas Bornemann vor der Abreise nach Natschaps. Punkt. 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 Punkt.